Hallo Freunde, im heutigen Video geht es um eine Waffe, die sich schwer mit einem Wort einer bestimmten Klasse zuordnen lässt. Nach ihren Kampfeigenschaften und technischen Daten nimmt diese Waffe einen Platz zwischen einem automatischen Gewehr und einem leichten Maschinengewehr ein. Der Einsatz der Fallschirmjäger Truppen beim Angriff auf Norwegen und Dänemark führte bereits vor Beginn der Kampfhandlungen in Belgien, Niederlanden und Frankreich zu Panikausbrüchen auf der britischen Insel. So wurde der Vorbereitung der Bekämpfung von Fallschirmjäger Truppen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Als Folge erleideten die deutschen Fallschirmjäger bei der Landung auf Kreta außerordentlich hohe Verluste. Daraufhin geschah folgendes. Oberstleutnant Ingenieur Otto Schutze während des Krieges Sachbearbeiter für Bordwaffen im Reichsluftfahrtministerium schrieb. Eines Tages erschienen die Fallschirmjäger in der Dienststelle und erklärten, dass sie für ihren Einsatz nicht ausreichend bewaffnet seien. Sie benötigen eine Waffe, die nicht länger als 100 cm ist, die als Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr verwendet werden kann und für Einzel- und Dauerfeuer eingerichtet ist. Außerdem mussten mit der Waffe Gewehrgranaten verschossen werden können und sie müsste im Nahkampf als Schlagwaffe unempfindlich gegen Beschädigungen sein. Das Waffengewicht müsste dem K98 entsprechen. Kurz gesagt wollten die Fallschirmjäger eine Waffe, die die Vorteile von einem Gewehr und einem leichten Maschinengewehr vereint. Diese Waffe sollte den Fallschirmjägern erlauben, Ziele mit automatischem Feuer zu belegen. Damals haben die Konstrukteure, um ein automatisches Gewehr zu entwickeln, für gewöhnlich ein normales, manuell geladenes Gewehr genommen, um es zu einem Selbstlader oder Autolader umzubauen. Konstrukteur Louis Stange von der Firma Rheinmetall im Werk Sömerder Thüringen entwickelte dann die Waffe, die diese Ausschreibung gewann. Jedoch Stange schlug da von Anfang an einen anderen Weg ein. Er nahm als Basis ein leichtes MG aus der eigenen Konstruktion. Das MG entwickelte Stange auf eigene Initiative, als er gleichzeitig an der Bestellung der Reichswehr für das MG 13 arbeitete. Genau aus diesem MG heraus wurde von Heinrich Vollmer und Ernst Altenburger auf Bestellung des Kurzzeitkanzlers Kurt Schleicher das MG 34 entwickelt. Jetzt musste der Louis Stange ein automatisches Gewehr daraus basteln. Dabei musste das Gewicht gesenkt werden. Das MG 30 wog ohne Magazin 9,5 Kilogramm, aber das Höchstgewicht für die neue Waffe wurde auf 4,5 Kilogramm begrenzt. Der Louis kam auf die Idee, dass bei der Modifikation der Waffe vom Rückstoßlader mit kurz zurückgleitendem Lauf auf Gasdrucklader sich einiges an Gewicht einsparen lässt, obwohl die Gesamtkonstruktion dadurch komplexer und teurer wird. Louis nutzte als Gaskolben eine ausgebohrte Welle und konstruierte einen sehr leichten und kompakten Verschluss. So betrug das Gesamtgewicht aller beweglichen Teile nur 270 Gramm. Das Gewehr arbeitete als Gasdrucklader mit einem unten liegenden Gaskolbensystem. Es hat einen Drehzylinderverschluss mit Warzenverriegelung. Beim Schuss strömt ein Teil der Verbrennungsgasse in das darunter liegende Gasstaurohr. Die Gasse drücken den zylindrischen Verschlussträger zurück. Der Schlagbolzen ist fest mit dem Verschlussträger verbunden. Über dem Schlagbolzen gleitet der Verschlusszylinder, der über eine Steuernut verriegelt wird. Um die Masse zu reduzieren, wurde die Lauflänge auf 502 mm gekürzt, was die Mündungsgeschwindigkeit auf 685 m pro Sekunde begrenzte. Die Feuerrate konnte durch die Verstellung des Gasventils geändert werden. Dieser hatte sechs mögliche Stellungen. Die Feuerrate wird mit bis zu 900 Schuss pro Minute angegeben. Das Magazin wurde seitlich eingeführt und enthielt 20 Patronen des Standard-Gewehrkalibers 7,92 x 57 mm. Da diese mächtige Patrone einen enormen Rückschlag verursachte und wegen der doppelten Verschlussfunktion wurden zusätzliche Federungselemente in der Schulterstütze vorgesehen. Die Waffe konnte als zuschießend oder als aufschießend fungieren. Bei zuschießender Waffe ist der Verschluss erst hinten. Nur beim Abdrücken läuft der Verschluss vor, nimmt eine Patrone aus dem Magazin mit in die Verschlusskammer und zündet sie. Da bereits vor der Schussabgabe sich eine Masse bewegt, verreißt es die Visierlinie, was solche Waffen weniger präzise macht. Vorteile sind die offene Verschlusskammer und die dadurch resultierende Durchlüftung und Kühlung des Laufs. Wichtig ist das bei schnell feuernden MGs, die aber auf einer Lafette gelagert und gegen Verreißen unempfindlicher sind. Durch die bessere Kühlung wird auch eine Selbstzündung der Patrone verhindert. Entsprechend ist bei aufschießender Waffe vor der Betätigung des Abzugs der Verschluss geschlossen und die Patrone befindet sich bereits im Patronenlager. Der Verschluss bewegt sich erst nach Schussauslösung, um die Hülse auszuwerfen und eine neue Patrone zuzuführen. All diese Maßnahmen führten dazu, dass das Gesamtgewicht der neuen Waffe nur 4.150 Gramm betrug. Vom ursprünglichen MG blieb in der Waffe nur die Schulterstütze und der Pistolengriff. Die Waffe wurde gerade gebaut, ohne abgesenkte Schulterstütze. Dadurch wurde ein Hochreißen des Laufes beim Schießen verhindert. Aber die Visierlinie lag so hoch über dem Lauf, was ungünstig ist. Durch das neuartige verstellbare Dioptervisier wurde der Nachteil teilweise aufgehoben. Ein Zielfernrohr konnte ebenfalls montiert werden. Dazu hatte das Gehäuse oben serienmäßig eine Prismenschiene. Die Waffe besaß auch ein vierkantiges Bajonett. Wegen der mächtigen Patrone erzeugte das FG-42 einen starken Rückstoß, blendendes Mündungsfeuer und ohrenbetäubenden Knall. Die Waffe musste zweimal überarbeitet werden. Der Knalldruckabweiser wurde effektiver gemacht. Das Schulterstück wurde verlängert, um den Rückstoß besser abzumildern und statt aus Blech dann aus Holz gefertigt. Der Verschluss und der Lauf wurde verlängert, um die Feuerrate herabzusetzen. Das Zweibein bekam einen anderen Befestigungspunkt. An der Hülsenauswurföffnung wurde ein Abweiser angebracht, damit die Hülsen nach vorne fliegen. Durch diese Veränderungen wurde die Waffe deutlich größer und erreichte fast 5 kg Gewicht. Der Pistolengriff wurde nicht mehr extrem schräg angeordnet. Der Grund dazu war, dass die schräge Anordnung das Schießen vom Fallschirm erleichtern sollte. Doch in der Praxis zeigte sich, dass ab dem ersten Schuss wegen dem hohen Rückschlag der am Fallschirm schwebende Schütze anfing sich zu drehen und zu taumeln, da ihm jeglicher Rückhalt fehlte. Bereits am 8. Februar 1942 hatte der Stange das erste Exemplar vorgestellt. Es wurden Erprobungen durchgeführt, wo mit der Waffe geschossen wurde, bis sie in Teile brach. So konnten Schwachstellen identifiziert und beseitigt werden. Bei Vergleichstests wurden mit der Waffe bessere Ergebnisse erzielt als mit dem K98 und dem Selbstladegewehr G41. Alle Erprobungen und Nacharbeiten wurden zum 5. Juni beendet. Doch war wohl die Waffe zu teuer und zu komplex, da eine Indienststellung immer noch ausblieb. Erst auf persönliches Ersuchen vom Göring beim Hitler Ende 1943 gab es grünes Licht für eine kleine Serie. Die Waffe wurde in den Dienst der Luftwaffe untergestellt unter der Bezeichnung Fallschirmjägergewehr 42 oder kurz FG 42. Da die Firma Rheinmetall bereits mit der Produktion der für die Wehrmacht notwendigen MGs ausgelastet war, ging der Produktionsauftrag an die kleine Waffenfabrik von Heinrich Krieghoff. Der bekannteste Einsatz der FG 42 geschah beim Unternehmen Eiche am 12. September 1943. Dabei wurde der inhaftierte italienische Diktator Benito Mussolini von einem Trupp deutscher Fallschirmjäger und einem Dutzend SS-Angehöriger befreit. Diese Operation wurde vom General der Fallschirmtruppe Kurt Student zur Ausarbeitung an den Major Harald Moors übergeben. Leiter der Operation wurde Otto Skorzeny, der auch den gesamten Ruhm für die erfolgreiche Durchführung erhielt, dank den Bemühungen von Dr. Goebbels. Bei der Operation hatten alle Fallschirmjäger eine FG 42. Es wurde jedoch kein einziger Schuss abgefeuert. Erst 1945 bekam jede Fallschirmjägereinheit ein Paar FG 42. Für eine Großserie war die Waffe wohl zu komplex und zu teuer. Es wurden nur ca. 7500 Stück gebaut. Die Produktion des FG 42 wurde bereits vor Kriegsende eingestellt. Doch die Grundsätze der Konstruktion lebten weiter in einer US-amerikanischen Entwicklung, dem M60 Maschinengewehr. Wenn ihr ein weiteres Video über eine interessante Waffe wünscht, bitte dem Video hier einen Daumen hoch geben und es entsprechend mit euren Wünschen kommentieren und verbreiten. Diesmal sammle ich 2000 Daumen hochs, auch Likes genannt. Danke für eure Aufmerksamkeit Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und Tschüss.